So, da bin ich wieder zurück. Wie ihr seht, es geht um den guten Neymar Junior wegen den Landesfarben. Wie können wir den Skin freischalten? Ich weiß nicht, ob ihr euch den Battle Pass mal genau angeguckt habt, aber hinten nach dem Level 100 Skin sind ja die ganzen Aufgaben. Wenn wir nämlich mal hier, das müsstet ihr eigentlich so haben, wenn ihr bis Level 100 geht, wenn ihr kurz vor Level 100 seid, aber ich denke mal die meisten sind schon bei Level 100, dann sieht das so aus, wenn ihr in den Battle Pass reinkommt. Dann kommen auch hier die ganzen Geschichten, die wir freischalten können, zum Beispiel 65 epische Aufträge. Den Stil bekommen wir bei 70. Dann sind wir hier bei den Neymar Aufgaben. Da habe ich jetzt alles soweit freigeschaltet, krabbelt ganz schnell. Dann das Emotier, das Spray habe ich zwar schon, aber es ist immer nur Schloss da. Das Emotikon habe ich auch schon bereits. Das hatte ich schon, wo ich mich eingeloggt habe. Dann immer locker bleiben. Das ist eigentlich schon alles coole Emot. So, den Kleider zum Beispiel bekommen wir, wenn wir noch drei epische Aufträge haben. Ist eigentlich ganz simpel. Die werden wir noch haben, wenn ich gleich, müsste ich eigentlich haben, wenn ich diese Aufgaben noch fertig habe. Dann müsste ich eigentlich den Kleider bekommen. Die werde ich natürlich auch für euch noch hochladen. So, aber es soll natürlich um den Brasilien Skin gehen. Nämlich, den bekommen wir, wenn wir 60 Aufträge abgeschlossen haben. Heißt, wenn ihr derzeit alle epischen Aufträge gemacht habt, auch schon die neuen, dann werden euch wahrscheinlich nur noch 4, 5 fehlen. Die werden wir dann quasi am Donnerstag bekommen. Wenn ihr die dann abgeschlossen habt, dann habt ihr auch den Neymar Skin Stil freigeschaltet. Also, einfach ein bisschen Geduld haben. Macht alle epischen Aufträge. Umsonst gibt es diesmal nichts. Also, einfach Aufgaben machen und dann werdet ihr das Ganze freischalten. Ist halt genauso wie hier mit diesen Skins. Die Stile gibt es halt, wenn ich jetzt Level 180 bin. Den, wenn ich 200 bin. Und ich denke mal, den einen oder anderen konnte ich damit schon helfen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln. Und denkt dran, macht die epischen Aufträge. Warte, nur ein kurzes Infovideo. Würde mich trotzdem freuen über ein Like. Wenn noch kein Abo nicht ist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne, haut rein. Und dann geht's rein.